Willkommen zurück zu Axiom Verge 2. Ähm, wir haben jetzt die neue Fähigkeit, oder wir haben unsere Fähigkeit verbessert. Und jetzt muss ich wieder nach hier unten rennen. Beziehungsweise, ich glaube, ich kann hier sogar rüber rennen. Macht, glaube ich, sogar am meisten Sinn. Mal einsammeln hier. Mal einsammeln. Komm hoch, bevor der kommt. Komm hoch, 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 hoch. Ja. Ähm. Ach, komm. Kann ich die Vögel beeinflussen? Nee, ne? Und weg ist er. Ich kann immer nicht aufnehmen. So, jetzt bin ich wieder hier. Das ist schon mal ein guter Fortschritt. Äh, ich glaube... Links lang macht Sinn... Hier konnte ich nicht lang... Oh, doch, 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 da war ich schon. Da war ich schon okay. Ah! Dann zerstören wir erst mal. So, und jetzt gehe ich hier erst mal hoch. Was war jetzt hier nochmal? Ein guter Kampf, mein Kleiner. Ein guter Kampf. Die Frage, bin ich jetzt hier lang, oder...? Oh, da ist was. Energie-Matrix. Ermöglich ist dir, Heil-Energie aus von Gegnern fallen gelassenen Energiezellen zu speichern und zu nutzen. Heil-Energie, okay. Wie setze ich diese Detonation denn jetzt hier ein? Ich konnte den jetzt nehmen. Komme ich jetzt erst mal mehr Energie, oder...? Was hat das jetzt für Leute? Soll ich hier jetzt weiter hoch? Hier geht es weiter hoch. Oh, da geht es weiter hoch. Ja. Ich bin weg. Geht es ja weiter hoch. Ich habe das übersehen, oder bin ich... Ach, da geht es weiter hoch, ne? Okay. Ich wollte gerade sagen, habe ich das jetzt übersehen? Bin ich blind, oder sonst irgendetwas? Nee, war nicht blind. Aber... Ich nehme es weiter runter. So. Ich weiß noch nicht, wo ich jetzt genau lang gehen soll. Ich gehe noch mal runter. Hier bin ich ja jetzt bei denen. Und ich glaube, hier kam ich nicht weiter, weil mir da irgendwie das Level fehlte. Wie wäre ich sonst da weitergekommen, stelle ich mir jetzt auch gerade die Frage. Halt, hier komme ich zu dem Typen. Ah, okay. Ja, wie komme ich da lang? Der Typ hier, der Typ hier, der bringt mir nix. Achso. Okay. Das sind einfach nur Wolken, die einen... ...die etwas verstecken wollen. Wo waren denn jetzt diese... Hm. War das doch da oben? Nee. Wo war das denn? Bin ich jetzt total bescheuert? Das ist aber... Wo? Hm. Hm. Ich weiß gerade echt nicht, wo ich bin. Ich muss ja dann doch da in der Richtung gewesen sein, irgendwo. Da war doch gar kein... Da konnte ich noch gar nicht links hoch. Da falle ich nämlich runter. Das muss hier gewesen sein. Ganz einfach. Das kann nur da gewesen sein. Anders geht es gar nicht. Also, jetzt wo ich halt hier war. Geht es nicht mehr anders. Energie-Matrik. Achso. Jetzt habe ich das Ganze verstanden, wofür das ist. Okay, gut. Geht mir nicht auf die Nerven, ne? Okay, nein. Da kann ich auch nicht lang. Okay, danke. Danke für diesen Kommentar. Okay. Nee, da macht es... Geht es mal da hin. Darunter. Ich weiß es gerade sonst wirklich nicht. Ich weiß, ich hatte irgendwo... ...das gesehen, wo ich mit drei Sachen was angeben muss. Ja, bumm. Nee, da oben ist was. Muster hochrechts. Da oben könnte noch was sein. Nachdem ich ja jetzt eh die Wände hochklettern darf. Genau, da ist was. Komm, spring hoch. Da oben ist was. Ha. Ich muss nur wissen, wie ich da hochkomme. Kommt von da oben runter. Okay. Also, hier hoch. Oh, komm, sag mir, dass ich da hochkomme. Oh. Nein. 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 Komm da nicht rein. Aha. Wie könnte ich da langkommen? Vielleicht geht er durch den Bruch? Vielleicht eröffnen sich mir dadurch neue Wege. Ich meine, das kann ja alles möglich sein, ne? Nee, ich muss da oben irgendwie langkommen. Stimmt, da war ich noch gar nicht lang. Das heißt, wie kam ich denn da hin? Das ist er. Da fehlt mir auch irgendwas. Nee, hier ist nix weiter unten. Nee, nee, nee. Nee. Nee, nee. Das ist auch falsch. Wann könnte ich denn jetzt hin müssen, ey? Ja, von da könnte ich dann da runter. Das ist in Ordnung. Ähm. Okay, ich hab mal den Weg. Ich bin der festen Überzeugung, dass da irgendwas Wichtiges für mich ist. Dieser kleine Punkt, den ich da gesehen hatte. Wobei ich nur glaube, dass es nicht mehr als 300 Energie ist. Du bist halt jetzt nicht, wo ich auch noch was in die Luft jagen könnte. Kommt ergänzend hinzu. Ich war doch eben gerade erst da und ich hab das komplett verloren aus den Augen. Aber sowas kommt mir immer mal aus den Augen verloren, ey. Hammer! Danke. Okay. 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 Der Vorteil ist, ich kann speichern. Ich weiß gerade echt nicht, was ich jetzt hier irgendwie falsch mache. Okay, da komm ich irgendwann definitiv später noch hin. Da komm ich auch noch später hoch. So, die Drohne kann hier nicht rein. Ah, ich kann mit der Drohne da oben, war es doch irgendwo lang, ne? Und hier sieht es auch so aus, als ob hier so ein Weg wäre. Wir müssten ein bisschen höher springen können, das wäre cool. Ach, hier sind sogar zwei Stück von euch. Ach, guck ihr an. Da kann ich auch drüber. Ne, ich guck jetzt erstmal, was mit der Drohne da unten ist. Was find ich denn hier Schönes? Okay. Nicht wirklich was Interessantes. Nein, das war doof. Ah, ne. Sieht so aus, als ob da noch was Interessantes her. So, gehen wir jetzt hier nochmal rein. Okay. Vielleicht kommen die hier noch Alkohol. Nee, da komm ich schon mal nicht durch. Was war denn jetzt hier? Da kam ich dann. Ich musste hier unten nach links, glaube ich, musste ich. Ja. Wie komm ich denn hier hoch? Hm, da musste ich jetzt mal wieder niesen. Und da komm ich auch nirgends. Ne, das macht keinen Sinn. Also muss ich hier irgendeinen anderen Weg geben runter. Okay, das bringt mich. Ich mach mal mehr ansatzweise weiter. Und hier bin ich wieder an dem Punkt. Hilft mir leider auch nicht. Gebt hier keinen Weg runter. Also muss ich da hin. Okay. Also muss ich gerne testen. Jetzt kann ich eigentlich auch mal da runter. Einfach hier mal gucken, erkunden, was ich hier so finde. Okay, da ist nichts Interessantes. Das habe ich ja schon gefunden, was da war. Ja. Ja. Alles mit dem, was wir in der Energie bekommen können. Und jetzt will ich es wissen. Jetzt kann ich es ja riskieren. Schade. Versuch was wert. Nächstes Ding. Blödes Teil, blödes Teil, blödes Teil. Hier komme ich irgendwo raus. Ich weiß doch, hier war irgendwo dieser Riss, ne? Genau, der ist da drin. Aber da komme ich ja nicht rein. Ah, hier, ich habe es gefunden. Haha. Öffnen, ja. Achso. Und den Skillpunkt. Ich meine, klar, ich freue mich über den Skillpunkt, aber... Das war jetzt eigentlich nicht das, was ich mir erhofft hatte. Hier wird die Angriffsgeschwindigkeit der Drohne, ne? 50 zusätzliche Nanohackpunkte. Yay. Aber auch das war nicht das, was ich wollte. Jetzt bin ich wieder hier, ne? Hm. Wie komme ich da ran? Ah. Da komme ich auch nicht ran. Das heißt, ich muss wieder also so ein Riss... ...einen Bruch finden. Bruch ist die richtige Bezeichnung, ne? Ah ne, ich habe jetzt gerade keine Lust auf dich. Ich suche nämlich den Bruch. So, jetzt bin ich jetzt mal wieder hier unten. Aber ich glaube, hier unten war der Bruch, nicht? Ne, der war da oben. Also, ich muss nach oben kommen, um den Bruch zu holen. Ernsthaft? Ich bin doch schon weg, Leute. Ich bin doch... Ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Juhu. Leben am Limit. Nope. Ich bin weg. Wow. 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 Ah, puh. Okay, wo komme ich jetzt am... ...m besten da lang? Rechts lang, ne? Ja. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Juhu. Uhu. Geil, jetzt muss ich den erstmal platt machen. Danke. Ähm. Oh. Ah, das ist der andere. Ach, schön. Karniolring. Aufladungsangriffe bewirken, dass die Bronx-Axt ein Projektil abfeuert. Kann das dann auch durch die Wand durch oder... Nein. Also auch das hilft mir nicht wirklich weiter. Wisst ihr, was das Tolle ist? Ich war hier gerade erst. Ich bin eigentlich jetzt einmal im Kreis gelaufen, ne? Aber so kennt man es ja von mir, ne? Gibt es kaputt? Nein, schade. Danke. Ich bin weg. Speichern. Genau. Gut, ich habe 350. Das wollte ich wirklich wissen. Okay. Äh, ah. Mit dem geht es echt bescheuert. Warum lässt er mich denn da los? Hä? Warum hält er sich nicht? Ich drücke nach oben. Geht da irgendwo, habe ich da irgendwo eine Ausdauer oder sowas? Ach, da. Buch ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das ist mir echt die ganze Zeit noch nicht aufgefallen. Noch nicht einmal. Sehr peinlich, ey. Wie komme ich denn da eigentlich hin? Gehe ich hier wahrscheinlich außen rum, ne? Schafft er das? Schafft er das? Nein, schafft er noch nicht. Habe ich noch nicht genug Ausdauer. Okay, egal. Wir gehen jetzt durch den Bruch durch. Ich empfinde jetzt erstmal ganz kurz hier raus. Na. Okay, da kann ich gar nicht lang. Das ist schon mal gut. Nice to know. Hier runter, hier runter. Runter. Und hier unten war ich noch gar nicht. Seht ihr? Manchmal ist es gut, hier nochmal zu gucken. Manchmal findet man hier nämlich auch noch was Interessantes. Okay, hier komme ich nicht lang. Da ist gesperrt. Hier ist ein Speicherpunkt für mich. Okay, Würmchen nicht lieb. Würmchen könnte Boss sein. Da darf ich auch nicht lang. Das ist doch... Dann ist das ein bisschen doof jetzt. Aber oben rechts war ich jetzt noch nicht. Ah, da starte ich wieder. Oh, nice. Man muss aber auch sagen, interessanter Perlenlook, ne? Wartet mal, jetzt gucken wir mal. Jetzt würde ich es aber wissen, ja. Ja. Yes, nochmal ein Skillpunkt. Wow. Wie viel habe ich denn jetzt schon wieder? Nur einen. Kann schnell angreifen. Wow. Wow. Kampf. Naja, das kommt sich nicht für mich. Aber egal. Das war es jetzt schon mal. Definitiv lohnenswert. Ähm. Wir gucken mal vor Karte. Nach oben rechts war ich jetzt noch nicht. Das war genau das, wo ich jetzt hin wollte. Okay. Oh, das wird böse Ende. Oder auch nicht. Ich habe es geschafft. Wo komme ich jetzt hier hin? Na. Hier ist nichts zum finden. Hier ist wieder was. Hier komme ich wieder von anderswo hin. Oh. Oh. Ich komme nicht weiter. Oh. Oh. Das ist dann natürlich doof, ne? Oh. 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 Ja. Können wir jetzt hier lang. Ah, da war ich ja schon. Puh. Gibt's nicht. Ich zieh dich da jetzt mal hoch hier. Ja, komm. Ich muss wieder zurück in die Deck, ins D-Sides. Okay, das hat mich also gar nicht weitergewacht. Na, komm. Bringt mich nicht weiter. Okay, Leute, ähm, ja, hm. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwer für mich, den Weg wiederzufinden, aber vielleicht in der nächsten Folge. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trofort Rhein. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Untertitelung des ZDF für funk, 2017